Hallöchen, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Crossout. Joa, heute mal wieder mit so einem kleinen Community-Moped-Spezial. Ja, ich weiß nicht, was mich erwartet. Das letzte Mal habe ich mich tatsächlich im Vorfeld schon durch die Community-Galerie geklickt und gesehen, was dort für verrückte Mopeds sind. Dieses Mal... nicht. Ja, ich werde mich überraschen lassen. Eins hatte ich mir vor geraumer Zeit schon mal angesehen, das werden wir unbedingt uns anschauen. Wir gehen einfach mal durch und... Mama ist jetzt nicht von der Community, das ist generell... Moment, jetzt machen wir mal hier Koya. So, jetzt machen wir mal nur Woche. Lassen wir mal nur kurz Woche und dann schauen wir mal, was da kommt. Oh, hier kommen schon wieder die Nachrichten rein. Ich bin mit dem Account drin, wo ich alle Teile habe. Das hat einen guten Grund, weil ich möchte dann euch in dieser Folge abstimmen lassen, welches Moped ich nehmen soll und in den Kampf führen soll. Also welches dieser beklopptesten Fahrzeuge, die wir hier haben, soll ich dann hernehmen und anschließend in einer weiteren Folge dann im Einsatz zeigen und nachbauen. Vielleicht auch dann irgendwo ein Stück weit optimieren oder dergleichen. und dann eben im Einsatz mal vorführen. Also mit welchem sollte ich mich rauswagen, ja. Wahrscheinlich werde ich an die Hunde verfüttert. Ich werde gespannt sein. Also, da habt ihr eine Umfrage, wahrscheinlich gegen Ende des Videos. Dann seht ihr oben rechts in der Video-Ecke ein I aufploppen. Wenn ihr dort drauf klickt, kommt eine Umfrage. Und dann habt ihr die Gelegenheit, abzustimmen und mich eben ins Verderben zu schicken. Warpik. Hier. Ein Kampfschwein. Kampfschwein. Ah, mit Ringelschwänze. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte? Okay, ich fürchte, das wird ganz weit vorne sein. Mir fehlen mehrere Bauteile. Oh Gott, was? Mir fehlen die, äh, die Furzdrohne fehlt mir. Treibstofftank ist nicht so dramatisch. Und mittlerer Reifen fehlen mir zwei Stück. Das ist auch nicht so dramatisch. Das kriege ich ersetzt. Das kriege ich ersetzt. Also, die Furzdrohne, äh, da mache ich dann eine andere rein. Es gibt ja noch andere Drohnen. Und, ähm, alter, wo ist denn die Furzdrohne überhaupt? Moment. Festfahrt. Wo sind die? Ich sehe die überhaupt nicht. Ist das vorne das Ding hier? Ist das? Ne, das ist doch ein... Was ist... Wo ist das? Ist das einfach da drin? Geht das? Kann man die abdecken? Ich bin gespannt. Moment. Ach, der Gott. Das sind die, das sind die, das sind die, das sind die. Ich jag mich in die Luft. Öh. Andere Richtung. Um. Was hier sind die? Wo kommen die raus, die Furzdrohnen? Ja, okay. Gegner entsorgt. Krasser Scheiß. Und die, 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 beim Bremsen leuchten auch noch die, die Rüssellöcher, wie auch immer das jetzt, man... Wie cool, wie cool, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir hatten das gebaut, wieder Winnetou. Winnetou, du bist bekloppt. So. Das haben wir noch. Das Sarko, das kennen wir schon. Was haben wir hier? Halt dann der, der ist wahrscheinlich Methan-Modus. Durch, ich bin auf der Suche nach richtig Bekloppten. Die sehen, das hier sieht richtig geil aus. Auch hier im Moment nur eins zurück. Von, von Chris. Der Oldtimer hier. Der sieht auch richtig geil aus. Ich werde mich natürlich, werde mich natürlich entscheiden müssen. Ja. Hat einfach nur, nur eine MG. Der sieht einfach nur gut aus. Ich werde mich natürlich entscheiden müssen, was ich in die, äh, in die Abstimmung reingebe. Also, äh, nehmt es mir nicht übel, wenn ich dann solche Autos hier nicht reinnehme, weil die sind einfach, das sind, das sind Modellautos quasi. Das sieht so geil aus. Richtig schick. Richtig toll. Ähm, aber ich glaube für unsere Challenge, beziehungsweise dafür, mit was ich dann durch die Gegend donnere, da werden wir dann entsprechend, äh, so herrlich Beklopptes wie dieses Schwein nehmen oder so, ne? Da bin ich dann auf der Suche nach. Die sehen natürlich super aus. Auch der Bus, auch dieser, dieser Roadtrain. Hier, der Roadbuggy. Ne, Fünfradbuggy. Ach ja, hat irgendwo noch ein verstecktes Mittleres scheinbar. Scharock. Okay. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Twin Car. Okay. Ne, nicht, nicht Verstoß melden. Twin Car. Wollen wir uns das mal kurz anschauen? Inwiefern Twin Car? Alter, ist das lahm. Alter, Finde. Was passiert hier? Ah, okay. Okay. Das ist die Tarnung. Aha. Das ist natürlich praktisch. Und zum Sägen muss man rückwärts fahren. Schön. Schön, schön. So, weiter durch. Und wohlgemerkt, das sind jetzt nur die Besten dieser Woche. Also was ihr, was ihr hier an Fahrzeugen raushaut, das geht auf keine Kuhhaut. Morocke, ein Traktor. Nein, nicht Verstoß melden, nach Gottes Willen. Äh. Ah, auch wieder. Ja, der sieht auch. Aha. In der Vorschau hat man das gar nicht so gesehen. Der sieht cool aus. Der sieht auch sehr cool aus. Hat aber, glaube ich, keine Waffe. Oder? Hat der eine Waffe? Ungriff verweigert. Was denn? Mehrere Bauteile. Waffe, 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 Waffe. Keine Waffe, ne? Ist auch nur ein Modellauto quasi. Insofern für die, für die Abstimmung vielleicht nicht unbedingt geeignet. Okay, also das waren die der Woche. Jetzt lass uns mal zu aller Zeiten übergehen. Und ich kann euch sagen, da gibt es eins auf den ersten Rängen. Da schnallt man ab. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist der Klozilla hin? Es gab einen Klozilla. Da ist er, da ist er. Halt, da war er. Genau. Der Klozilla. Den tue ich auf jeden Fall. Ja, ganz definitiv. Tut mir leid. Ja. Ein bisschen infantiler Humor darf sein. Ja. Alter. Moment, ich muss mal kurz versuchen. Wenn wir das jetzt hier hin machen. Ich habe mal, ich habe mal einen Screenshot gespielt. Klozilla ist unter uns. Es ist ein Träumchen. Es ist ein echtes Träumchen. Ich finde ihn riesig. Also Klozilla ist einer meiner Favorites. Ich bin aber gespannt auf eure Abstimmung. Ich will euch da auch nicht beeinflussen. Es gibt irrsinnig viele. Das Schweinchen ist auch super genial. Wir werden bestimmt noch weitere finden. Ich denke so drei, vier werden wir am Ende auf jeden Fall in der Auswahl haben. Werde ein Problem haben mit Klozilla. Das ist seine Überwaffnung. Vielleicht können wir da dann noch irgendwas drauf machen. Und vielleicht, ich finde es halt auch so geil, einfach wie dieser Pott gebaut ist. Dann es passt einfach so. Es ist so geil. Es ist so geil. Er hat überhaupt keine Chance, dieser Klozilla. Aber er sieht gut aus. Das ist die Hauptsache. Ja. Lass uns mal aber auf Seite 1 zurück. So. Was habe ich denn hier? Angry Bug. Das klingt so, als wäre es irgendwo schon mal erschienen. Ich kann es natürlich nicht abschätzen, wer irgendwo unterwegs ist und dann Sachen von anderen abspeichert und dann wieder einstellt. Das geht ja leider. Aber es ändert ja nichts dran, dass das cool aussieht. Ja. Es ändert ja nichts dran, dass das cool aussieht. Mir fehlen mehrere Bauteile. Wieder die Furzdrohnen. Okay. Ist aber kein Problem. Was ist denn das auf der... Muss ich da eine Säge aufladen oder was? Was ist diese... Das ist der Stachel da hinten. Ach, du ahnst es nicht. Hui. Wow. Moment. Mist. Man kann da schlecht was rein. Aber der sieht auch echt abgefahren aus. Das sieht auch echt richtig abgefahren aus. Muss ich zugeben. Piep, piep. Diese Drohnen sind... Diese Drohnen sind saugemein. Also okay. Ich glaube, dieser Angry Bug ist auch die Biene. Ja. Die Wespe. Ist auch im Rennen. Alter Vater. Okay. Lass uns mal ganz kurz gucken. Nicht, dass es eine Winitou-Veranstaltung wird. Wer hat den Cluzilla denn gebaut? Chris. Chris hat den Cluzilla gebaut. Okay. Alles klar. Krieg ich hin. Dann machen wir das so. Dann mal gucken. Den Hoppelwind. Den können wir sicherlich auch mal irgendwann nehmen. Den X-Wing hier. Den könnte man auch mal reinnehmen. Was haben wir noch? Den Gabelstapler hat man schon mal vorgestellt. Den Skorpion kennen wir auch. Mein Flugzeug ist hier heiß im Rennen. Wo ist denn eigentlich mein Dodo? Warte mal. Ich muss nochmal zurück. Mein Dodo. Yay. 260 Daumen nach oben. Aber hier. Das ist natürlich krass. Ja. Das. Das. Das Krokodil hat ganz gut abgesandt. Und vor allen Dingen auch das Saltemobil. Allerdings. Das ist ja eigentlich im Original von Xar. Hier hat es irgendeiner neu eingestellt. Und hat mehr Likes bekommen als Xar. Das ist ja gemein. Hier haben wir noch von Ad Hoc den Rex. Das ist auch gigantisch. Bus Truck. Wollen wir den nochmal anschauen? Lass uns den mal anschauen. Mir fehlen mehrere Bauteile. Was haben wir da? Von den Drohnen habe ich gar nicht so viele. Äh. Okay. 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 Testfand. Ihr und eure Drohnen. Eine Tarnung wäre bei dem Bus noch cool. Aber der fährt gar nicht mal. Der ist ganz schön flott unterwegs. Muss ich echt zugeben. Der ist für. Nein. Das ist ein Bus. Ja. Ähm. Also die Drohnen sind gut. Ich glaube da muss ich mir auch mal irgendwann welche bauen. Oh. Meine Drohne. Oh oh. Lass das. Lass das. Nein. Das ist gemein. Man schießt nicht auf Schulbusse. Hilfe. Drohne. Rette mich. Oh oh. Oh oh. Hilfe. Hilfe. Bus ist umgekippt. Okay. Wir könnten den Bus auch noch reinnehmen. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Was haben wir noch bekloppt ist? Wer hat den gebaut? Oh. Winitubi. Du bist eifrig. Ähm. Ähm. Weiter gucken. Mal weiter gucken. Den Buggy. Der sieht auch stark aus. Der sieht auch richtig stark aus. Oh. Und er hat. Ach ne. Er hat nur Düsen. Aber den können wir ja noch. Yay. Den können wir ja noch mit ein paar Waffen aufpimpen oder so. Das ging ja auch noch. Oh. Warte mal. Da muss ich gerade mal einen Sprung machen. Wunderbar. Landet auf allen Vieren über Umwege. Aber er landet dort. Schön. Der geht gut ab. Vor allem sieht. Er sieht stark aus. Er sieht stark aus. Er ist wahrscheinlich bei fünf Treffern weg. Aber. Was macht das schon, wenn er gut aussieht? Schick. Nice. Nice. Mal gucken, für was ich mich am Ende in der Umfrage entscheide. Kann ich jetzt noch gar nicht. Kann ich jetzt noch gar nicht angeben. Also Cluzilla ist gesetzt. Ganz klar. Ähm. Die Bohrmaschine käme auch schon. Monster Truck. Er sieht auch fett aus, oder? Von Seriously. Testfahrt. Uha. Okay. Oh. Das sind Raketen. Kann mir jemand sagen. Was habe ich hier? Der linken Maustaste. Was ist das? Was ist das? Ja gut. Hier muss ich wesentlich weiter. Aber was ist das auf der linken? Ah. Ah. Das dauert ein bisschen. Ich klicke immer nur so einmal kurz. Ah. Ja. Das ist natürlich gut, wenn man so ein bisschen in Bedrängnis kommt. Okay, komm. Hier, den Monster Truck, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Vor allen Dingen. Ach, der schön. Er war schön Dreck. Ja, Klimaverschmutzung. Egal. Marisa Abkommen. Egal. Wir sind hier in der Apokalypse. Egal. Da können wir auch alles verpesten. Mir fehlen mehrere Bauteile. Muah. Was? Crow? Den habe ich doch. Eigentlich müsste ich ihn haben. Ich finde das sehr, sehr fies. Werden wir aber irgendwie hinkriegen. Da ist der Trike noch drin. Den hatte ich mal vor Urzeiten gebaut. Panzer. Da haben wir noch den Truck. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Dreirad. Von Jackson. Ne Ente. Ente. Ente, 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 Ente. Sehr schön. Testfahrt. Oh Gott. Hihi. Super. Wow. Erstmal schön im Boden reingeballert. Ente ist gekauft. Oh, die leuchtet gar nicht. Ich dachte, die leuchtet auch dann rot, wenn man bremst. Sehr geil. Moment. Oh, ich dachte, die hat die Entenhupe. Aber die müssen wir installieren. Die müssen wir installieren. Ich glaube, die habe ich auf dem Bekauen. Das heißt, die könnte man da noch, die könnte man da noch ein bisschen optimieren noch zusätzlich. Sehr schön. Ente ist gekauft. Auf jeden Fall. Auch von Chris. Ne, sowas. Lang genug. Oh Gott. Oh. Scheiß. Scheiß. Ich glaube, das geht nicht in der Halle. Äh... Mhm. Moment. Also ich muss sagen, der Wendekreis ist erstaunlich gut. Ja. Ich komm bestimmt in 150 Zügen Alter, wenn man damit aufsetzt, hat man echt ein Problem Komm bestimmt in 150 Zügen Hier auf die Sprungrampe Ich werd da oben am Ende rumbaumen, wie so ne Wippe Warte mal, pass mal auf Ja, ja, ich werd das jetzt erstmal hier so Und dann So Jetzt hat er zu arbeiten Und dann mit richtig Anlauf und Schmackes Ja, hier setzen wir auch zum Glück überhaupt nicht auf Werden wir da einen Flug drüber machen, sag ich euch Na, grüß mir den Mann im Mond Wie ich es gesagt habe Wir werden hier wippen Moment Genau Juhu Schön Ne, ist ein Traum Ehrlich Mach Schlaune Juhu Ne, ist lang genug, ist okay Kann ich nur leider nicht nachbauen Hier fehlen mir tatsächlich dann auf dem Account 13 Düsen Ach wie, was, ich hätte genug von dem Zeug Ach so lang könnte ich auch bauen Ich hab nur nicht genug Düsen Aber da könnte ich noch mit Flugzeug düsen und so Aber mit Raketendüsen Nee, gibt's auch noch, Alter Okay Wir können auch sowas bauen, ich nehm das einfach mal mit auf Ich nehm das, glaub ich, mit auf Mit so nem Ding mal in den Kampf Wird sterben verlassen, glaub ich Ah, ja Und die Gegner werden mich verfluchen Was ist das denn, ne Badewanne Hallo Ne Evil Badewanne vor allen Dingen, ja Sehr geil Vor allem mit dem blauen Teil da drin Das sieht dann wirklich Schön Warum auch nicht Mit der Badewanne in den Kampf Juhu Ist das ein Whirlpool Hat das, hat das, hat die Whirlpool Funktion Juhu Weg Schön Gefällt mir Gefällt mir sehr gut Also, die Badewanne Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich alles in die Umfrage reinnehmen soll In die Umfrage Nice Nice Äh Ich hab ja gesagt, ihr seid viel zu aktiv Ich komm gar nicht hinterher mit dem Zeigen Äh, was haben wir noch Lädt ganz schön lange Äh Pronto Lowrider Lowrider Yeah Ah, cool Der sieht auch nice aus Lulatsch Den hab ich selbst gebaut Ähm Nächste Der wär natürlich auch mal ne richtige Herausforderung Mit einem meiner Fahrzeuge in den Kampf zu gehen Und dann auch noch zu gewinnen Das ist dann die Herausforderung Also ist das Okay Okay Mist, ich kriege ihn nicht nach vorne. Halt! Du sollst auch! Wow! Jihah! Sehr geil. Ne gut, gefällt mir. Eine sehr schöne Konstruktion. Ja! Bomb! Das ist es! Kamikaze Flieger, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Der Chat. Was haben wir hier? Alter! Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Testfahrt. Selbe, selbe Spiel quasi. Wuuuh! Saltomobil. Bam! Und der explodiert es sogar nicht. Damit können wir aber leider auch nicht in den Kampf gehen. Rocket Truck. Äh, Rocket Truck. Hier, die Koya Werbetafel. Sie ist wenigstens gut bewaffnet. Oh! Sie ist sogar wirklich bewaffnet. Wo sind... Ach, da vorne. Ne. Ne, klar. Super. Gut getroffen. Ja. Nicht so für eine Koya Werbetafel. Ich finde auch, die darf auch nicht zu schnell fahren. Man muss ja Zeit genug haben, das lesen zu können. Sie muss ja auch Zeit haben, zu wirken. Man kann sie auch selbst sich abballern lassen, vielleicht. Ja. Fantastisch. Jackson! Ich hoffe, damit bist du immer unterwegs, bei jedem Match, was du machst. Immer mit der Koya Werbetafel. Ja. Bitte ich sehr drum. Ah, das Cabrio, das sieht ja auch richtig geil aus. Mann, ihr baut so viele coole Sachen. Unglaublich. Mega. Dilo spuckt. Nein, nicht melden. Mann. Ist immer automatisch halbwegs passiert. Ah, cool. Ja, mit diesen aufgeklappten... Wie soll man das sagen? Diesen aufgeklappten Flügeln da am Kopf. Genau. Und da spuckt er dann auch was. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Markkite hat den gebaut. Ah, das lädt echt langsam hier. Weißt du, Zeit der Folge ist immer im Ladebildschirm. M-m-m-m. M-m-m. M-m-m-m. Das Mammut hat man glaube ich schon mal gesehen. Bin ich auch immer nur sau cool. Monstruck. V2. Nochmal von Seriously. Oh, ich glaube den nehmen wir dann rein, Leute. Der sieht nochmal cooler aus. Gerade mit der Farbe. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Der ist sofort genommen. Ich finde den spitze. Monstruck. Wow. Mega, Leute. Echt Wahnsinn, was ihr baut. Äh... So, mal weiter gucken. Das ist eher nix für Kämpfe. Minuten, aber der hat 25 Minuten gleich voll. Dann würde ich sagen, wir machen gleich Schluss. Es sind schon so viele gewesen. Ich glaube, ich muss mir die Folge gleich selbst nochmal angucken, damit ich da nichts vergesse, was ich dann reinnehme. Der Drachen. Boah, das sieht auch geil aus. Saltomobil. Nochmal eine neue Variante. Interessant. Atrok-Schubsi. Okay. Dadadada. Ich muss das einfach kurz testen. Ach, nein. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Man muss nach Möglichkeit von ganz oben gucken, dass die zentrisch da sind. So gut. Wie geil ist das denn? Vor allen Dingen, man schießt sich damit selbst in die Luft. Oh, oh. Komm schon. Jawohl. Boah, es hat sogar jetzt geruckelt wie Sau gerade. Das ist kreativ. Muss ich zugeben. Sehr schön. Hoja Böllert. Ich will gar nicht wissen, was dabei rauskommt. Ah ja, herrlich. Gut. Also ich glaube, wir haben vieles, was ich jetzt reinpacken kann. Ich bin mal gespannt, für was ich mich selbst entscheide, was in die Umfrage reinkommt. Und bitte seid mir nicht böse, wenn dann Eurys es doch nicht um die Umfrage geschafft hat. Ich muss es einfach reduzieren. Es ist so viel. Und wenn ihr diesmal nicht drin gewesen seid, heißt das ja nicht, dass ihr das nächste Mal nicht dabei sein könntet. Insofern. Oh, krasser Scheiß. Echt. Ich bin riesig gespannt auf eure Entscheidung. Und dann werden wir das Moped eurer Wahl nehmen. Vielleicht noch ein bisschen anpassen, weil ich vielleicht ein, zwei Teile nicht habe. Und vielleicht auch noch ein bisschen kampftauglicher machen, weil wir wollen damit ja in die Schlacht gehen. Aber wir werden es natürlich optisch nicht so weit verändern, dass man es nicht mehr erkennt oder so. Jetzt irgendwelche Verschalungen da dran basteln oder sowas. Hoja dumm. Ist das eine Aussage oder ein... Ach ja, herrlich. Oh, das sieht auch geil aus hier. Kann gar nicht aufhören. Mann. Waut doch nicht so viel tolles Zeug. Schau dir diesen krassen Scheiß an. Uh. Okay. Das sind Raketen. Hätte ich... Wow. Krass. Muss ich sagen. Boah, der ist... Der fährt sich richtig... Der fährt sich richtig toll. Speziell, aber toll. Und verdammt stabil. Wow. Also das, das Morbett, gefällt mir richtig gut. Ist wahrscheinlich recht schnell kaputt, weil es nach vorne überhaupt keinen Schutz hat. Richtig. Heißt, wenn man jetzt hier reinballern sollte... Waut man sich auch selbst ein Stück weit rein. Aber... Ja, also der... Das ist das Einzige, ne? Dass der... Dass diese Fahrerkabine sehr schutzlos da vorne ist. Aber ansonsten macht das echt einen richtig guten Eindruck. Also so von der Manövrierbarkeit und allem. Cooles Moped. Von... Autor leer. Kein Autor. Hat der Autor aufgehört? Moment. Doch, da. Da steht er. Black Raven. Black Raven. Cooles Ding. Sehr, sehr geil. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Nimmt an der Abstimmung teil. Die müsste mittlerweile längst da oben aufgeploppt sein. Ein schönes I. Ja, jetzt habt ihr noch die Gelegenheit. Ein schönes I ist oben rechts. Einfach draufklicken. Oder ich weiß gar nicht. Am Handy müsste es eigentlich auch gehen. Und in der App drauf tappen. Und dann müsste eine Umfrage aufgehen. Und da könnt ihr dann auswählen, welches Mobil ich in der nächsten Folge, vielleicht machen wir ja auch mehrere, ja. Vielleicht nehme ich die besten drei Platzierten oder so. Mal gucken, welches Mobil ich in der nächsten Folge oder welche mobile Mopeds oder wie auch immer ich in der nächsten Folge dann entsprechend zeigen werde. Ich bin gespannt. Ich bin riesig gespannt. Und sage schon mal vielen Dank fürs Mitabstimmen. Und vor allen Dingen vielen, vielen lieben Dank an die ganzen Erbauer und kreativen Bekloppten, die hier diese Fahrzeuge kreieren. Ja, mein Asymmetra ist auch extrem toll, finde ich. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Amen.